Klipp über Quartz Die brennt schon Sie raucht auf jeden Fall Okay Lass mal vorsichtig übers Techplan fliegen und nur mal evaluieren, wieviel Anti-Air es gibt Ja genug, ich bin schon bereit Mossi vor uns Ich krieg schon Anti-Air rein Nicht viel, aber ein bisschen Anti-Air klicken wir hier und da Seid vorsichtig auf jeden Fall Der eine Mossi wurde gerade von einer Anti-Air zerfetzt Lass Hinter uns? Ja, eine Mossi hinter uns Da ist eine Feind zum Lipp Südöstlich Der ist abgesprungen Auf eine Reaver Dem Ost, du bist da Auf eine Reaver, Südöstlich Ich schieb's an Fuck, hat die von... Er hat Nick erwischt Zurück nach Anti-Air Nein, nein, nein Die Reaver hat Nick erwischt, Leute Ein Vanguard Ein Vanguard Wir treffen uns kurz hier Hier im Marker Wir treffen uns Wir gehen dann runter nach Paris Da ist ein bisschen ein Kampf Was ist der für Nick den Reaver hier? Nick brauchst... Keine Ahnung, hier ist kein Reaver Schausgel Brauchst du einen, dann kann ich einen ziehen Verdammt, ich brauch mal Hilfe Ich werde hier gelockt und zwei Reaver sind dabei Wo bist du denn? Bei Sgt Nick Wo er war, bei der Reaver im Osten Im Osten? Oder im Westen? Ich würde mal sagen Haben wir Reaver auch zwei Paketen, ne? Ähm... Ich sehe dich jetzt wieder Am Südlich von unserem Waypoint Einen ganzen Haufen Reaver Der Waypoint ist zu nah am Kampfgebiet Ja, passt schon Ja, wenn wir uns hier... Schützen Und wir können sie uns hier ansetzen Das ist sehr... Viel zu krass Wait... Entschuldigung Das macht er da nicht nur so drauf Sagt er das einfach damit Ah, aber ich gieß mir runter oder sowas Der brennt schon So, auch Lock Oh, ich habe jetzt kein Problem Feindliches Flugzeug im Anflogen Boah, ich hätte... Kurz aufgehauen Wie konnte ich mich die locken, bitte? Wie gehen das? Ich war schon auf Wachshöhe Was? Äh... Reaver würde ich mal sagen, ne? Ne, ne... Ganz knappe Erfolg Problem ist, die Wachshöhe ist hier 500 Das heißt, dass ich einfach kurz runterfliege Und dann stehe auf irgendwo einen Felsen Kann ich mich immer noch locken Oh, ich werde gerufen Äh... Zuko, mach du mal weiter Jetzt bin ich hier da Predator Ähm... Ist gut Bei dir, also Wirst du verfolgt Ja, weil du wegkommst Oh, ich habe zwei Reaver im Sack Na, so drauf Ich werde wieder einstellen Das ist, äh... Auf Kaffee Verdammt Ach... Ach... Gibt's ja nicht Ah, noch nicht Pröber, warte mal Frau Ja... Ach... Und... Ich bin jetzt bei dir Ich bin jetzt bei dir Ja, ich bin gerade dran Ich bin gerade dran Ich bin gerade dran Dort sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nimmzeuge Pass auf, was du kommt, kommt zurück Kommt zurück Das ist dauernd Ihr habt 3... Oh, 4 Reaver 5, 7 Die sind nörstlich Lotze über... Äh... Vorne war ich heiß Ja Ich habe eine gerade angeschossen Und dann kamen 3 andere Ich bin gleich, äh... Wird vorsichtig Die sprechen sich anscheinend ab Wir haben noch einen Thundi Ähm, äh... Südosten Wir haben nur ein Ja Ich bin jetzt an Oder irgendwo Ich bin jetzt xD Ja Da ist eine Es ist ein Hier Die Alle dann müsse sie euch auch ja die maps weil die sehr wahrscheinlich wissen dass wir hier mit antidex bürster mit stehen achtung mit kommt auch nicht zu und in meine richtung da ja die maps bitte Da ist der Wegpunkt schon Wegpunkt Weiß nicht Ich habe eine Lippe im Südosten Ich glaube, der ist irgendwie... Ich sehe jetzt